Jetzt das Bein von hier, jetzt geht es darum, wirklich weit hier nach hinten zu kommen. Ja, dass das jetzt genau die Position ist, wo du jetzt nicht hier vorne aufsetzt, oder wo du hier auch nochmal nach hinten, um nochmal zu schleunigen zu kommen. Ja, du siehst das Bild im Kopf haben, von hier, runter, ja, nach hinten. Seht ihr, dass ich mir die Position habe, ist dann eingespannt, aber jetzt ein Bein, guck jetzt. Wenn man jetzt dahin geht, dann kann ich mal Power noch runter. Okay, und los. Hier schockiert, hier gerade, richtig Power runter. Jetzt noch gerade, 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 gerade. Gerade, 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 gerade. Wenn du hier nicht gerade bist, kannst du sonst noch mit den Armen machen, dann ist das kein guter Übertrag. Also schaut uns in der Position, man neigt dazu, jetzt hier umzuwerfen. Also gerade, also gerade, gerade bleiben hier, drüttchen, drüttchen aus, ja, und dann drüttchen runter. Da ist es die ganze Zeit fest. Und hier ist es richtig spannend, ne. Wie ist es spannend. Ich stehe auch noch. Genau. Genau.